Hallo Leute, ich mache für euch nochmal ein Video durch die Wachstraße. Ich habe es schon ein paar Mal gesehen, aber es ist immer schön, das nochmal anzuschauen. Das mache ich sehr gern für euch im Auftrag von dem Niki. Er stärkt schon das Auto so ein bisschen und zeigt, wo das alles angegriffen wird. Jetzt machen wir die ganze Prozedere. Jetzt wird es ein bisschen auf die Wachstraße. Jetzt werden wir weiter. Alle Schikane und Finesen. Jetzt geht es weiter. Es sind eigentlich zwei Bannier, der andere ist jetzt mal zu. Heute ist auch nicht so viele Leute wie ich dachte, das ist schön. Das freut mich sehr. So, jetzt mache ich mal aus, also nochmal abgetrocknet und das passt dann. Tschüss.